diese days are over man shit's getting too hot weil ihr alle noch nicht vegan sein was mein gott ja ganz gut kebab wie geht's hier nein lasst mich meinen lowland getten lorenz wer ist denn lorenz hat es nur so namen den es in filmen gibt also heißt doch niemand lorenz kein feier Mit der Lodot, sage ich, Chat. Mit der. Ei. Affig. Mit der. Woher? Wohl eher mülter. Okay, okay, okay. Mein CV. Okay, okay. 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 Watch the skies. Okay. 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 Die Waffe auf Schaden oder mit was schieß ich hier? Mit Marshmallows oder was? Wo ist die Schie, man? Wo ist die Schie? Locate their Uplink-Stations and secure their intel before they go offline. Hallo alle! Jean Strong. Popcorn schießen, oder? Wirklich so. Aber, aber, schon salziges Popcorn, oder? Kein süßes Popcorn, sage ich. Schon richtig geil salziges Popcorn. Es ist goated, oder? Können wir uns drauf einigen. Findest du SCB? SCB ist sehr gut, aber nicht Meter. Oh, was? Ich hab meine Flash verkackt. Oh, das hat gereicht für ihn, I guess. Karamell Popcorn. Ja, nö! Ja, bitte, wie bitte? Was für'n Ding jetzt? Okay. Wunderbar! Irgendüber Popcorn-Chisel kommt mit Nachos um die Ecke. Er ist wie Chisel. Ich glaube, dass wir die Füße machen müssen. 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 Ja, ich habe so gewartet, bis ich mich einmischen kann. Ich wollte einfach nicht zuerst fighten, weil ich wusste, wenn, gewinne ich den Gunfight ganz, 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 ganz knapp und dann stoppt mich der andere ab. Ich glaube, dass wir die Füße machen müssen. Let's go, let's go! Scheiße. Das ist mir so. Das ist mir so. Kacke! Ey, ey, ey! Distanz! Wir haben nichts damit zu tun. Davon distanzieren wir uns natürlich. Oba! Da haben wir wieder gefunden. Ja, 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 ja. Wir spielen den ruhigen Hasen. Ruhe! Wir haben es in den Top 5. Gute Arbeit! Der Rideshield ist da irgendwann noch in die Richtung. Der von da oben ist runtergefallen in den Tod. Den habe ich einmal kurz schreien hören. Wie müssen meine Gegner schreien? Hingeben. Mit 16 auf Verdanz? Boah, das war geil. Gute Waffe damals. Why you acting like the Ups? Shit, man. Wir sind aufgeflogen. Wie? Wow. 21 kills mit diesem loadout Was sagen wir von 1 bis 10 Was sagen wir Jett Was sagen wir Von 1 bis 10 Wie hat uns das loadout gefallen War schon eine Eine stabile Fünf War eine Fünf Also es war nicht so schlimm Die im 16 war schon super 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 schlecht Aber die Minibug war alright I guess Ich sag fünf Ich sag es war eine Fünf Es war eine Fünf Es war eine Fünf Okay ihr seid eigentlich So ziemlich meiner Meinung Viele Zähne auch Wunderbar Viele Zähne Ich weiß nicht wie viele davon ernst gemeint sind Wunderbar 21 kills We take those Let's go roll vont roll Das war's.